Hi Leute, ich bin Kelly und ich mache heute die Dickstar-Pop-Backwards-Challenge. Boah, das hört sich nach Sia an. Dua Lipa? Aber welcher? Mit Calvin Harris? Boah, das kommt mir richtig bekannt vor. Oh mein Gott, ich weiß den Titel nicht, das kann doch nicht sein. The one. Be the one. Be the one. Das ist immer ein aus der Nase ziehen bei mir. Okay, ich bin ready für den nächsten. Wow, der ist schwer. Hört sich aber geil an, Rückwärts. Boah, ich bin überfragt. Der ist superschwer. Oh, keine Ahnung. Okay. Boah, es ist der neue von Jonas Brothers, I'm a Sucker for you. Yes. Oh mein Gott. I'm a Sucker for all these subliminal things. No one knows about you, about you, about you, about you. And you're making the typical me, break my typical rules. It is true, I'm a Sucker for you. Ja, Musikvideo, Hammersong Bombe, kann man nichts sagen. Cleaner Comeback. Heesh, heesh, heesh. Heesh. Heesh, heesh, heesh. Lady Gaga, das ist definitiv Lady Gaga. Aber besser. Shallow? Yes! Ey, die Grooven richtig alle auch rückwärts, das ist nice. Irgendwie hört sich das alles an wie Sia rückwärts. Ich hab die die ganze Zeit im Kopf, was war's denn? Ich hab ihn nicht auf dem Schirm gehabt, leider. Okay, ich bin ready. Sam Smith. Dancing with a Stranger. Yeah! Ja, ich bin voll happy, jo. Geil. Das war die Dickster-Pop-Backwards-Challenge. Ich hab mich zum Glück einigermaßen gut geschliffen. Diesmal geschliffen. Ich wollte es schon rückwärts sagen. Ich hoffe, ich muss mein Musikwissen erweitern. Irgendwann weiß ich alles hier. Ja?